Hallo und herzlich willkommen bei Fishing Planet mit Denzen. Ja, ihr seht schon Common Shiner. Ja, neues Update. Jetzt, da ich schon die größeren Fische alle durch habe, jetzt kommen die kleineren Fischen. Und die Videos werden alle ziemlich kurz. Und zwar könnt ihr den Common Shiner hier in Mutwater Zwang an dieser Stelle mit einem Haken 10. Und zwar wird ich bei bewölkt ab 12 Uhr angeln. Orientiert euch an der Grafik hier. Und das Wichtige ist der Regenwurm und der 10er Haken. Regenwurm, 10er Haken, das ist wichtig. Und die 70. Der Rest ist eigentlich recht egal. Wie gesagt, hier an dieser Stelle. Und ihr werdet hier noch ziemlich viele andere Fische fangen. Jo, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.